Logik der Forschung. Wir beobachten Schwäne und wir sehen, dass sie weiß sind. Also kommen wir irgendwann zu dem Schluss, alle Schwäne sind weiß. Mein lieber Schwab, auf dem Autobahnweier. Mein lieber Schwab, auf der Parkbank. Mein lieber Schwab, auf der krummen Lanke. Mein lieber Schwab, ich sage Danke. Du schwimmst herum, den ganzen Tag, fährst altes Brunnen, was sonst keiner mehr mag. Den ganzen Tag, schwimmst du herum und lässt dich füttern von alten Großmüttern. Mein lieber Schwab, auf dem Autobahnweier. Mein lieber Schwab, auf der Parkbank. Mein lieber Schwab, auf der krummen Lanke. Mein lieber Schwab, ich sage Danke. Die Leute stehen am Kreichwand und wir staunen ein weißes Federgewand. Besonders die Verliebten, die haben nichts zu lieb. Und auch die Robusmutter, die dir Brotfutter gibt. Und dann ein schwarzer Sprach. Ein bisher gültiger Satz wird plötzlich widerlegt, qualifiziert. Mein lieber Schwab, mein lieber Schwab, mein lieber Schwab. Ganz nebenbei, bist du auch noch ein Ausbruch von Erstaunung. Die Leute sehen zum Beispiel einen großen Rund und nehmen dann dafür, denn dann und in den Mund. Mein lieber Schwab, dober Mann. Mein lieber Schwab, ich schau mich im Spiegel an. Mein lieber Schwab, Mann oh Mann. Mein lieber Schwab, was für ein steiler Zahn. Mein lieber Schwab, Oliver Kahn. Mein lieber Schwab, höchste Eisenbahn. Mein lieber Schwab, Feuerwehrmann. Mein lieber Schwab, abgefahren. Mein lieber Schwab, Autobahn. Mein lieber Schwab, Denver Klan. Mein lieber Schwab, jetzt komm ich mal dran. Mein lieber Schwab, und baue Spahn. Die weißen Schwäne und der eine schwarze Schwan, das ist nur ein sehr einfaches Beispiel für das Problem der Induktion. Es geht um sehr viel mehr. Ja.